Wahnsinn, wie gesagt, ich befinde mich immer noch auf einem Gaming-Platz. Ist das krank? Mit Wellerbad. Sandstrand im Pool, riesige Wasserrutschen, Wahnsinn, echt krass. Whirlpool. Man hat mich plötzlich gefühlt mit Beechbach, das ist krank. Also nochmal zur Anmerkung, ich bin immer noch auf einem Gaming-Platz. Es wird fassungslos. Man kann schlechten Wasserparken, Europaparken und alles sparen, aber man muss bis auf den Gaming-Platz gehen. Krass. Und die Günste, ich halb eine Woche habe ich jetzt 51 Euro zahlt. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020